Hallo und herzlich willkommen hier auf der Angelwelt in Berlin. Mein Name ist Thomas Schrageter, ich bin vom Echolotzentrum in Paderborn und ich möchte euch in den nächsten 30, 35 Minuten ein paar sehr, sehr interessante Informationen liefern rund um das Thema Echolot. Ich werde euch ein paar Grundlagen erklären, ich werde euch ein paar tolle Bilder zeigen, die wir in Amerika gemacht haben. Wir waren angeln vor Miami. Sehr, sehr beeindruckend, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde euch ein bisschen was über ein Live-Scope-System zeigen und erklären und wie man eigene Karten herstellen kann. Ich möchte aber anfangen mit einem Thema, das möchten wir eigentlich immer machen, bevor wir ein anderes Vortragsthema haben, das sind Echolotgrundlagen. Es gibt ja verschiedene Systeme bei Echoloten und das bekannteste Echolot-System ist und bleibt die normale, klassische 2D-Anzeige. Heißt, traditionell 2D hat immer einen Kegel. Das bedeutet, wir haben einen runden Kristall, der in einem Kunststoffgehäuse sitzt, da sitzen Kontakte drauf und das Schallsignal wird erzeugt, indem dieser Kristall in Schwingung versetzt wird und der Schall wird kegelförmig nach unten ausgestrahlt. Wofür brauchen wir das? Wir brauchen das für die Bodenärte, wir brauchen das für die Schwimmblase des Fisches und um eine Sichel zu erzeugen. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele verschiedene Fachbegriffe. Im Moment arbeiten sämtliche Geräte mit einer sogenannten Schirp-Technik. Damit das mal hängen bleibt und dass das auch ein bisschen was bringt für die Schulbildung, Fledermäuse arbeiten auch mit einer Schirp-Technik. Das ist eine Frequenz-Spreiz-Technik. Das ist nichts anderes, dass wir nicht mit einer einzelnen Frequenz arbeiten, sondern mit einem Frequenzband. Ist also so, wir haben von einer bestimmten Frequenz wird das hundertfach geändert innerhalb von Millisekunden und wenn man weiß, dass jeder Fisch eine bestimmte Frequenz hat, wo er am besten gesehen wird, dann weiß man auch, dass diese Geräte dann in der Lage sind, uns Fisch besser anzuzeigen. Es darf man aber nicht darauf reinfallen, dass automatisch ein Schirp-Gerät immer gute Bilder macht. Das ist ein Oberbegriff wie, ich kaufe ein Auto. Da gibt es einen Trabant und da gibt es eine S-Klasse von Mercedes und beide heißen Auto. Genauso ist es dort auch. Also es gibt sehr gute Schirp-Geräte und es gibt sehr schlechte Schirp-Geräte. Jetzt haben wir hier einen runden Kegel und jetzt gibt es eine Technik, die heißt Downscan, Downimaging, Clearview, Downvision. Wir haben jetzt nicht mehr einen Kegel, sondern wir haben eine Schichtaufnahme des Grundes. Da sitzt in dem Gehäuse des Gebers eine Art, ich nenne es mal Streichholz, da sitzen auch wieder Kontakte drauf und da wird ein rasiermesserscharfes Signal ausgegeben. Wir haben bei ungefähr 5 Meter Wassertiefe einen Meter nach rechts, einen Meter nach links. Und in dem Moment, wo wir genauso schnell fahren, wie der Monitor scrollt, wird damals ein fotorealistisches Bild. Bedeutet also, zu schnell, zu langsam ist ein Riesenbrustproblem. Das sollten wir vermeiden. Und wir sehen hier auf diesem Bild, das ist sehr schön zu sehen, das ist von einem Rain-Marin-Element. Hier sieht man Bäume, hier sieht man einzelne Sträucher, hier ist eine dicke, fette Kante. Und wenn wir hier einen einzelnen weißen Punkt haben, dann sind das Fische. Auf fotorealistischen Echologen sehen Fische nicht als Sichel aus, sondern sind in der Regel Punkte, weil, rasiermesser, scharfer Strahl, wir fahren drüber, dann gibt es immer nur ein ganz kurzes Signal und dann sieht das so aus. Jetzt haben wir ja gehört, dass wir einen relativ kleinen Erfassungsbereich haben, Downscan. Jetzt gibt es eine Lösung für das Ding, das heißt Side-Scan. Side-Scan-Geräte arbeiten auch mit diesen Kristallen, die aussehen wie Streichhölzer, nur dass die anders angeordnet sind. Bedeutet also, man kann zur Seite schauen und diese Anordnungen der Kristalle erlaubt es uns sogar, schräg nach oben und zur Seite zu schauen. Wir können ein fotorealistisches Bild erzeugen, unter Wasser nach rechts und nach links. Und wenn wir uns dieses Bild hier anschauen, dann ist das eine Art Vogelperspektive, die wir haben, eine Draufsicht von oben. Da ist nach rechts aufgeteilt und da ist nach links aufgeteilt. Und eine sehr beliebte Frage ist immer, warum ist es da so komisch schwarz? Hier oben ist im Moment unsere Bootsposition, der Motorscroll von oben nach unten und der Bereich von hier bis hier ist nichts anderes als die Wassersäule, also die Tiefe des Gewässers, auseinandergeklaut. Bedeutet also, hier war es ganz flack, hier ist es deutlich tiefer und hier ist es eine mittlere Tiefe gewesen. Wir sehen hier, hier war ein Sträucher links, hier ist ein Baum rechts, hier ist ein Felsen links und hier wieder Sträucher rechts an der Kante. Also die räumliche Unterscheidung ist sehr wichtig. Und diese Technik arbeitet vollkommen unabhängig von der Wassertiefe. Wir können also in 2 Meter Wassertiefe 30 Meter nach rechts und 30 Meter nach links gucken. Wir können das aber auch in 10, 15 oder 20 Meter machen. Also wir haben die Wahl, wie es letztendlich dargestellt wird und wie breit wir gucken möchten. Jetzt habe ich mal Bilder mitgebracht, dass man das mal live erleben kann. Wir sind vor kurzem in Florida gewesen und haben dort mehrere Meetings gehabt auf einer Messe in Fort Lauderdale. Das ist die Fort Lauderdale International Bootshop. Bootsmessen in Amerika sind etwas unterschiedlicher als hier in Deutschland. Die sind also ein bisschen größer dimensioniert. Da waren die Mega-Jachten, die waren 140 Meter lang. Also da war alles bei zwei Lubschrauber-Landeplätze. Wir sind klein angefangen und wir sind eingeladen worden auf ein Angelboot vor Miami. Diejenigen, die schon mal in Florida gewesen sind, wissen, dass es also schön da ist. Das ist schon relativ warm. Und mit dem Boot sind wir rausgefahren, direkt vor die Küste von Miami, an die Kante vor der Küste. Und jetzt hatten wir unseren Chris dabei. Das ist ein Mitarbeiter von uns. Und Chris hat jetzt gerade einen Adelschein gemacht. Und er wollte Bananen kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Er wollte Bananen kaufen, auf dem Boot essen. Und da gab es eine Regel. Die wollten ihn einfach auf Bord schmeißen. Weil no Bananas an Bord. So, auf jeden Fall no Bananas an Bord. Wenn ihr irgendwo Unglück bringen wollt auf einem Angelboot, müsst ihr Bananen drauflegen. Da gibt es richtig Lackfunk. Jetzt sind wir rausgefahren. Das ist Jimbo gewesen. Jimbo Thomas ist seit 30 Jahren schon Kapitän auf diesem Schiff. Und jetzt sind wir rausgefahren. Und haben auf Hai, wir haben auf Grouper, wir haben auf Mahi-Mahi gehandelt. Also das war richtig genial. Und man sieht hier wunderschön an einer Google Maps Karte, das ist die Grenze zwischen dem blauen Wasser, Blue Water Fishing, und dem normalen Küstenbereich, dem grünen Wasser. Und er hat genau an dieser Kante, hat er geschleppt, ist dann teilweise zu einigen Wracks gefahren. Und jetzt hat er mal bitte auf dieses Bild hier, also wir hatten große Haie, wir hatten Grouper, wir hatten Emberjack, wir hatten, das ist übrigens jetzt nicht, das sind die Reste von unserem Köder gewesen, wo Haie während des Fahrens, während des Schleppens dran rumgenackt haben. Ein kleiner Emberjack, ja, und dann ging das weiter. Und es ging ja in erster Linie darum, nicht, dass wir große Fische fangen, sondern es ging darum, dass wir die Echolote uns näher anschauen können. Also, wir sind auf dem Wasser gewesen, wir sind an dieser Stallkante gewesen, und jetzt fragt ihr euch natürlich, wo sind die Zusammenhänge zum Angeln, was wir hier machen. Und im Großen und Ganzen ist es genau dasselbe, ob wir jetzt nach Florida fahren, oder ob wir hier angeln. Wir suchen Kanten, wir suchen Strukturen. Und ich habe den Kapitän gefragt, wofür brauchst du das Echolot? Eigentlich in erster Linie. Dem ging es nicht um die Sichel des Fisches in Bodennähe, sondern der wollte die Struktur finden und die Bodenherde. Man sieht hier zwar in der Bewegung die Sichel, man sieht ja auch, welche Wellenbewegungen wir hatten, man sieht, wie unscharf und unsauber diese Bewegung ist, aber der nette Kollege hat hier in 200, 250 Fuß Tiefe, das muss man mal durch drei rechnen, hat er nur darauf geachtet, eine bestimmte Struktur zu haben. Was euch vielleicht auch noch auffällt, das ist, da ist sehr viel Rauschen in diesem Bild. Dieses Rauschen, ich habe gefragt, warum filterst du das nicht aus? Wenn er auf Fisch geachtet hat, dann wollte er, dass er in großen Wassertiefen, im Salzwasser, auch bei hohen Wassertemperaturen noch ein paar Details erkennen konnte. Deswegen hat er diese Empfindlichkeit, also die Verstärkung, den Kontrast deutlich erhöht, dass er mehr Details erkennen kann. Das geht besser, er hätte ein Update gemacht, hätte ich noch ein paar Feineinstellungen machen können. Der ist noch schöner gewesen, aber der fährt seit Ewigkeiten an dieselben Stellen. So handelt er und das ist sein System, was er hat. Dann hat er mir etwas gezeigt, was wir in Europa nicht kennen. Das ist ein Sirius-Wetterradar. Sirius-Wetterradar ist nichts anderes, als dass Wetterdaten auf mein Echolom-Display gespielt werden. Und wir sehen hier, wir haben hier mit dem Fadenkreuz, mit dem Joystick, sind wir mal hier auf so eine kleine grüne Stelle gegangen. Und dann sieht man hier very light rain. Bedeutet also nichts anderes, als eine kleine Regenwolke gewesen. Wenn wir Gewitter haben, dann steht das natürlich auch da. Also wir können Gewitterzonen aus dem Weg gehen, das ist auch ein Sicherheitsfaktor. Aber darum ging es uns eigentlich gar nicht in erster Linie, sondern es ging uns um die Wassertemperatur. Man sieht hier an dieser Stelle 82 Grad Fahrenheit. Wir haben auf eine etwas hellere Stelle geklickt und plötzlich hatten wir hier nur noch, oder wir hatten 83 Grad Fahrenheit. Also die Wassertemperatur war höher. Und er hat uns das erklärt, er achtet sehr, sehr stark auf Temperaturveränderungen im Wasser. Der Sonargeber und auch diese Satellitensysteme, die können hier die Wassertemperatur an der Oberfläche messen. Und wenn er nicht tagsüber dort fährt, vor Miami, dann fährt er am Wochenende nach Mexiko zum Angeln. Also sein ganzes Leben besteht nur aus Angeln. Und da hat er dieses Bild gemacht. Wir sehen hier ist sehr, sehr warmes Wasser und hier ist kaltes Wasser. Und an diesen Schnittstellen, da angelt er. Da, wo sich das Warme mit dem kalten Wasser vermengt, da sind die Futterfische und da fängt dann die ganzen großen Mahi, Mahis, Schwertfische und ähnliche. Und jetzt fragt er euch natürlich, ja gut, Satellitenwetterradar haben wir hier nicht. Wie können wir das nutzen? Das ist ganz einfach. Ihr macht ein Update auf euer Lorentz- oder Simradgerät und installiert eine Heatmap. Ihr habt ja am Sonargeber immer einen kleinen Temperaturfühler hinten dran. Das ist so ein kleiner Metallpump oder so eine kleine Öffnung. Und wenn ihr das installiert habt und das aktiviert, dann könnt ihr genau sehen, wie sich die Temperaturen zum Beispiel bei Flusseinläufen verändern. Und an diesen Kanten, dann fängt man gut. Also, Heatmap heißt das Ganze. Das ist nichts anderes als ein Update, was installiert wird. Und dann seid ihr in der Lage, solche Karten selber zu erstellen. Jetzt seht ihr da ein Bild. Linke Seite, unser Ralf Scheiphaus, der hat uns begleitet nach Florida. Wir sehen auf der rechten Seite, sehen wir unseren Chris. Chris ist 1,90 Meter groß, wiegt 30 Kilo gefühlt. Und wir sind auf dem Weg zu der Messe gewesen, zu dieser total geilen Messe. Zeige ich euch gleich noch ein paar Bilder. Und da muss man sich natürlich stärken. Was hat er gemacht? Unser Chris hat sich morgens zum Frühstück ein frittiertes T-Bone-Steak mit Sahnesauce bestellt. Da konnte er richtig gut filmen und da konnten wir weitermachen. Denn es ging auf wahrscheinlich eine der exklusivsten Bootsmessen der Welt. Die hat 60-jähriges Jubiläum gehabt. Und da gab es also Bilder oder Boote von, naja, tote Meerjungfrauen und von Motorisierungen, die wir hier wirklich nicht kennen. Und wir haben ein Bild weiter, da sieht man unseren Ralf. Da stand er vor dreimal 350 PS Motorisierung an einem Angelboot. Und da sagt er, ey, alter Schwede, das ist doch nicht alles, da muss doch mehr gehen. Ging 5x 450 PS. Ich weiß nicht, wie gut das Ding geht. Ich weiß auch nicht, wie viel es verbraucht, aber ich glaube, es ist mehr als mein Elektroboot, was ich habe. Es ist also wirklich unglaublich. Und warum sind wir dort gewesen? Auf der Messe, wir haben die Firma Garin dort besucht, wir hatten da Gespräche, wir waren bei Foruno, bei Lawrence, bei Simrad. Und dann läuft man nicht durch Hallen, sondern die Boote sind alle draußen und die ganzen Elektronikstände, die sind alle klimatisierten Zelte. Das sind einfach nur große Zelte, die wir dort hatten. Und dann sind wir weitergelaufen und dann haben wir etwas gesehen, das ist die Firma Seamor Mapping gewesen. So, und was machen die Besonderes? Ich glaube, das kann man schon sehr schön erkennen. Die haben hochauflösende digitale Seekarten. Die kann man sich teilweise runterladen, die kann man teilweise kaufen. Die schiebt man rein und die Daten werden nicht erzeugt von einem einfachen Single Beam, so wie man das kennt. Also Eingeberstrahl, der nach unten guckt. Sondern die holen sich teilweise von professionellen Aufzeichnungen von Multi Beam Sonnaden. Also da haben wir nicht Eingeber, der nach unten guckt, sondern 300, 400, 500 zur Seite. Und dann gibt es hochauflösende Bilder vom Gewässergrund. Oder, man sieht das hier, ein Schiffswrack. Und das, was wir bis jetzt hatten, wenn wir jetzt, nehmen wir mal angefahren auf die Ostsee, und wir haben so kleine Symbole, das ist ein Strich mit ein paar Querstreifen drauf, das dann Schiffssymbole in einer Seekarte. Wir sehen aber nicht, wie liegt das genau. Also wir sehen nur, dass da etwas liegt. Und genau so sieht es dann aus auf hochauflösenden Karten. Jetzt werdet ihr euch natürlich wieder die Frage stellen, was haben wir davon, wenn die das in Amerika haben? Es gibt neuerdings, das ist ganz neu, gibt es ein Sonar Shading Reliefs. Das ist eine Darstellung hochauflösende digitale Seekarten, die dreidimensional modelliert werden. Ihr benötigt dafür entweder von Garmin, Garmin hat ja Navionics gekauft, die arbeiten jetzt zusammen, entweder braucht ihr eine Blue Chart Vision Karte, oder ihr nehmt eine Navionics Platinum Plus Karte. Ich bin nie ein Fan gewesen von diesen teuren Karten, weil die sahen einfach nur cool aus, aber waren nicht wirklich genau. Jetzt mit diesen Sonar Charts und diesem Shading sieht man dreidimensionale Formen unter Wasser, und das ist eine richtig große Hilfe. Wenn ihr das nicht kaufen wollt, dann seid ihr in der Lage, selber Karten zu erstellen. Nahezu sämtliche Hersteller sind in der Zwischenzeit in der Lage, eigene Karten zu erstellen. Wie macht man das? Man montiert an seinem Boot einen Sonargeber, man sieht übrigens die fleischige Hand von unserem Ralf, der hat die mal daneben gehalten, also der hat Hände, die sind mindestens genauso groß wie meine, und das ist ein Sonargeber. Und dieser Sonargeber, das sind ganz viele Kristalle, die sorgen aber bei diesem Geber von RMA nicht dafür, dass man mehr in mehr Richtung guckt, sondern das ist so ein Gitter, daraus wird ein konzentrierter Geberstrahl. Was ich damit sagen möchte, Wenn ihr selber kartografiert mit modernen Echologen, dann habt ihr niemals die Möglichkeit, breit Karten zu erzeugen, sondern ihr habt maximal die Fläche von einer Fingerspitze, um daraus eine eigene Kartografierung zu machen. Wenn ihr jetzt auf dem Bild hier seht, dass er hier den Geber hat am Heck des Bootes, und der hat aber schon 10, 20 Meter im Voraus eine Karte erstellt, dann ist das nicht echt. Der denkt sich das aus und hofft, dass es stimmen könnte. Also, unsere Karten sind immer nur rein punktuelle Aufzeichnungen, mehr ist dazu nicht möglich. Hier sieht man das auch, das ist jetzt mit Lorenz-Karten-Systemen gemacht, das ist zum Beispiel auch mit verschiedenen Farbmustern, bei Garmin gibt es das System auch, das heißt Quick Draw Contours, das ist ein ganz tolles System. Also, bei nahezu allen Herstellern sind wir in der Lage, solche Karten zu erstellen. Wir machen ein paar Bilder hier, unser Ralf Ewerda im Gespräch mit Pontes. Pontes ist der USA-Chef von Garmin, das ist der Sales Manager. Dann sind wir gegenüber, stand ein nagelneuer Lorenz-Ghost-Motor, auch ein ganz tolles Ding. Da haben die zum Beispiel, ihr kennt das wahrscheinlich von den Bugmotoren, dass die sich so drehen und die Stelle halten können. Da haben die jetzt aus der Automobilindustrie einen Stellmotor genommen, womit man sonst einpackt mit seinem Lenkrad. Also, da ist richtig Power hinter und eine richtig gute Qualität. Hier nochmal mit mir im Gespräch mit unserem Pontes, da hat er uns ein paar neue Geräte gezeigt. Und jetzt möchte ich eine Überleitung bringen zu einer der genialsten, geilsten, unfassbar perfektesten Techniken, die es im Moment auf dem Markt gibt. Bis jetzt war es immer so, das habe ich am Anfang gezeigt, dass man eigentlich immer in Bewegung sein muss. Also, wenn wir stehen, dann sieht man mal eine Linie oder einen Strich. Die Sichel sieht nicht so schön aus, wie wir es haben wollten. Und der Idealfall wäre doch nichts anderes, als dass man ein Live-Bild bekommt. Ein Bild, was uns den Fisch reell zeigt. Wir nehmen mal an, hier, Kollege mit der Mütze, schwimmt vor mir her und ich kann genau erkennen, er ist ein Junge. So, mit diesen Live-Scope-Systemen sind wir dazu neuerdings in der Lage. Gibt es seit ungefähr einem Jahr. Die haben sich auch wirklich sehr, sehr gut verbreitet. Also, wir haben ganz, ganz viele schon davon verkauft. Die bestehen aus mehreren Elementen. Wir haben ein Display. Also, viele, die schon ein System haben, können das auch weiter benutzen. Also, zum Beispiel ein Echo Mac Plus kann man nehmen, dann schließt man das über ein Netzwerkkabel, verbindet man das mit dieser Box. In dieser Box ist ein kleiner Computer. Also, da ist wirklich Dampf hinter. Da gibt es auch Wärme, die er absondert, weil er so viel rechnen muss. Und wir haben einen separaten Geh-Boom. Bedeutet also, ihr kommt nicht mehr mit einem Geh-Boom klar, sondern ihr braucht einen zweiten Geh-Boom. Dieser zweite Geh-Boom, der ist ungefähr so wie die Kopfbewegung. Wir können in unterschiedliche Richtungen gucken, wir können wieder nach unten gucken. Oder wir sagen ihm, wir bewegen ihn anders, wir können in eine bestimmte Richtung gucken. Wir können hier unseren Schuh anschauen, oder wir können darüber schauen. Das ist alles möglich. Und dann, wenn wir das Ding aktiviert haben, dann sind wir in der Lage, im Stillstand fotorealistische Bilder zu erzeugen. Und das sind jetzt stille Bilder, die haben wir abfotografiert. Man kann hier sehen, die Körperform. Und ich habe jetzt einfach mal Spaß, das habe ein paar Videos mitgebracht, von einem Schweden. Das ist ein Raubfischangler, der hat sich spezialisiert auf das Zanderfisch. Und jetzt schaut euch bitte mal dieses Video an und staunt. Ihr seht hier den Köder. Und jetzt hat gerade der Fisch, der Zander, aktiv zugepackt und ist gefangen worden. Hier ist das alte System, hier ist Sidescan, Kartografierung. Und das war dieser Zander. Das war das natürlich eine sehr kurze Sequenz. Und jetzt machen wir mal einen weiter. Ich habe noch einen. Jetzt gehen wir mal weiter und jetzt wollten wir mal schauen, was er jetzt macht. Also, wir sehen hier, das ist im Fuß, der guckt jetzt 10, 15 Meter nach vorne. Der Fisch schwimmt immer weiter ins Bild und jetzt wird jeden Moment, wird daraus auch wirklich ein reell sichtbarer Fisch. Das ist ein Zander gewesen. So, jetzt schauen wir mal bitte hier, was hier abgeht. So, der Fisch, jetzt kommt der Köder runter. Hier könnt ihr das auch erkennen, der Köder. Man kann sogar erkennen, dass es im Prinzip ein kleiner Gummifisch war mit so einem kleinen beweglichen Schwanz hinten dran. Und jetzt guckt sich der Zander erst mal das Ding an. Erst mal gucken, was ist das? Komisch, kenne ich nicht, packe ich nicht an. Sollen wir dran zuppeln? Nochmal, jetzt probieren wir es aus und jetzt beißt er und wird gedrillt. So, und jetzt erinnert euch bitte mal, ich habe eben einen tollen Vortrag hier, Zanderkant von Sebastian gehört. Der hatte ein HDS und da hat er gesagt, ja, und da ist dann eine Linie und wenn die sich verfärbt, dann kann das ein Fisch sein. Ja, da sehen wir, dass das ein Fisch ist. Das ist die neue Generation von Technik. Und da kommen solche Oschis bei raus. Das bedeutet also, da ist nahezu eine Fanggarantie dabei, wenn man so ein Gerät kauft. Man hält das Ding nur noch ins Wasser. Jetzt noch ein Video. Auch hier wieder, wir sehen hier Kartografierung, Sidescan, das alte Panoptiksystem ist das hier. Und jetzt sehen wir hier auch wieder den Zander, der bewegt sich so ein bisschen. Man driftet so mit 0,5 kmh. Man ist also in der Lage, einfach im Stillstand solche Bilder zu erzeugen. Jetzt schaut er sich das an. Jetzt muss man natürlich darauf achten, dass das ein relativ enger Kegel ist. Wir müssen also schon sehen, dass wir den Köder auch in den Geberwinkel reinhalten. Jetzt sehen wir hier, jetzt schwimmt der Fisch in die andere Richtung. Jetzt hat der Kollege aus Schweden, hat jetzt jeden Moment den Köder besser in den Kegel gehalten. Jetzt sieht man hier die Schnur. Und hier ist wieder der Köder. So, der Fisch lässt sich bei langsamer Driften nach hinten treiben. Guckt jetzt gleich einfach mal nach oben. Schaut sich den Köder nochmal an. Und packt ihn sich. Und jetzt können wir sogar den Drill nachverfolgen, wenn das weiterlaufen würde. Wir können also die perfekte Bewegung des Fisches komplett nachverfolgen. Und dann landet so ein Ding draus. Tommy Blomander aus Schweden. Jetzt gibt es natürlich nicht nur die Firma Garmin, die so ein System hat, sondern es gibt auch die Firma Lorenz, die hat ein Life-Site-System entwickelt. Das Life-Site-System ist ähnlich wie das Life-Scope-System, kann angeschlossen werden an ein HDS Live. Jetzt ist Lorenz einen etwas anderen Weg gegangen. Die haben gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder haben wir einen breiten Geberkegel und ein etwas unschärferes Bild, oder einen schmalen Geberkegel und ein schärflos Bild. Und die haben sich dazu entschlossen und haben gesagt, komm, wir machen das ein bisschen unschärfer, wir sehen aber mehr in die Breite. Also wir haben mit einigen Poster von hier, Pierre Jonen, André Schmidt, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist, die haben das ausprobiert. Und es ist wirklich schon ein Ding, wenn man einen breiteren Kegel hat, um einfach leichter seinen Köder in dem Geberkegel zu haben. Hier ist ein kleiner Vergleich, das ist das Life-Site in einer ähnlichen Situation. Das sieht nicht so scharf aus wie der Baum, ist aber schärfer als die Sparversion von diesem System. Wir müssen also aufpassen, es gibt verschiedene Qualitäten, die wir dort haben und dementsprechend kann man entsprechend des Betrages auch die Qualität auswählen, die wir haben wollen. Für diejenigen, die heute auf dem Messestand schon gewesen sind und der sagte haben, boah, das ist aber teuer, wir liegen ungefähr so ab 2.900 Euro Geräten mit Geber, mit Life-Scope, mit Box. Das ist lächerlich günstig, weil wir hatten vor gar nicht langer Zeit, hatten wir mal ein Institut bei uns, wir haben vor anderthalb Jahren, zwei Jahre ist es ungefähr her, haben die für über 100.000 Euro ein ähnliches System gekauft und das war schlechter als das Life-Scope. Also die Preisentwicklung ist jetzt gerade tierisch nach unten gegangen und man bekommt Technik, die es früher nicht gegeben hat. Woher ich das alles weiß? Weil wir sehr, sehr viel ausprobieren und wir machen sehr, sehr viel im Bereich Search and Rescue, also Personen- und Gegenstandssuche machen wir, deswegen haben wir uns auch ein Jet-Ski angeschafft. Da sitzen in der Zwischenzeit hier an den Seiten, sitzen also Geberstanden rechts und links, ich habe auf der linken Seite des Jet-Skis ein 16 Zoll Garmin mit Life-Scope-System und ich habe auf der anderen Seite ein großes SIM-Rad NSS 12 mit 155 PS ist man definitiv schneller am Einsatz als ohne, macht nebenbei auch ein bisschen Spaß. Man kriegt so ab 70 gar mal ein bisschen Angst, aber es muss sein. Für diejenigen, die das ein bisschen langsamer möchten, das ist unser neues Schulungsboot. Und unser neues Schulungsboot, ich habe das mit Absicht gemacht, das alte Schulungsboot, was ich hatte, hatte 250 PS, hat zwei Tonnen gewogen und war sieben Meter lang aus Alu und war offen. Ich schwöre euch, ich habe schon so viele Schulungen in meinem Leben gemacht, für Blinker, für Rute und Rolle, ich habe schon so viel Hageln und Schnee abgekriegt, das wird es nicht mehr geben, deswegen haben wir eine Persenning, in Stehöl, da können sechs Personen drauf und ich habe mir eine wahnsinnig gute Dieselheizung einbauen lassen. Also, weder ich noch jemand, der die Schulung besucht, muss frieren auf diesem Boot. Jetzt habe ich einen Elektromotor genommen, ich habe einen e-Propulsion 6.0, Navy 6.0 genommen. Elektroantrieb, weshalb? Wenn ich eine Echelot-Schulung mache, fahre ich mit maximal vier bis fünf kmh über das Gewässer. Merkt euch das bitte im Hinterkopf, wenn ihr mit dem Sonar fahrt, niemals zu schnell, lieber zu langsam. Moderne, fotorealistische Sonarsysteme bekommen die besten Bilder bei zwei, zweieinhalb, maximal drei kmh. Je tiefer das Gewässer, desto langsamer muss man fahren. Warum ist das so? Schall breitet sich immer in derselben Geschwindigkeit unter Wasser aus. Je länger der Schall braucht, desto länger braucht er natürlich auch wieder zurück, desto mehr Zeit müssen wir ihm geben, um das dann später vom Gerät auch wieder darstellen zu können. Also, auch abhängig von der Geschwindigkeit. Also, Elektro-Motor. Jetzt könnte man natürlich meinen, ich habe ein bisschen zu lang in der Sonne gestanden, wir haben hinten so Blöcke dran gesetzt, ich fahre diese Schulungen und diese Vorführungen fahren wir mit durchschnittlich acht unterschiedlichen Gebern und zwölf unterschiedlichen Echoloten im Cockpit. Also, an diesem Bügel hier oben drauf, das geht hier so weiter, haben wir in der Regel zwölf unterschiedliche Systeme. Und jetzt am Dienstag und am Mittwoch nächste Woche bin ich jetzt, bin ich in Hamburg, da mache ich kostenfreie Vorführungen und darauf mache ich auch für Router und Rolle und für die Zeit und Blinker mache ich auch Seminare und Schulungen direkt auf dem Wasser an Bord von diesem Schiff. Hier sieht man auch nochmal die kleine Motorisierung beziehungsweise die Batterieversorgung. Das sind zwei riesengroße Batterieblöcke mit 48 Volt, 6 kW, ja, das heißt schon ganz schön dran. Wenn ihr Fragen haben solltet, wir haben zum einen natürlich unsere Webseite www.echolotzentrum.de Da vorne ist unser großer Messestand, da steht unser HD, ich kann jetzt gerade unserem Torsten, der Wind da vorne gerade, kann ich ins Gesicht schauen. Wir stehen euch da gerne noch zur Verfügung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und noch viel Spaß auf der Messe. Danke fürs Zuhören. Ciao. Zuhören.